Hallöchen meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu Draco ist ein großer Kreis, was für kreativer Name man denkt, dass mittlerweile fast alle sich so nennen. Egal, ich mach's jetzt einfach auch. Oben seht ihr die Webseite, wenn ihr's gerne selber spielen möchtet. Im Hintergrund hört die Final Fantasy Musik, einfach weil ich's kann. Und mein Ziel ist es, aufs Leaderboard zu kommen. Ich hab's schon ein paar Mal geschafft und ich kenn so viele Kniffe. Und, äh, ja. Dazu kommt, ich habe das L und momentan, ähm, was, äh, das Starkteam. Normalerweise ist es weiß und meine Masse anzeigt. Oh. Vielleicht kann ich was klauen. Nein, es leckt. Oh. Das war ein Leck. Brauche ich nicht. Und weiter geht's. Natürlich müssen wir versuchen, ganz viele, äh, Konfetti zu sammeln am Anfang. Ich nenn's gerne Konfetti, weil ich's einfach... Konfetti. Äh, solange man noch klein ist als diese stacheligen Dinger hier, kann man durch diese Teile auch durchgehen. Aber man muss aufpassen, wenn man größer ist, äh, zerteilen die einen in viele kleinere. Was man kann, ist mit W-Feeden sozusagen kleinere Stücke von sich schießen, um jemanden darin zu geben. Und natürlich kann man noch, äh, mit W sich splitten. Also sozusagen die Hälfte von sich nach vorne schießen. Und beispielsweise, um einen kleineren zu fressen. Weil man... je kleiner man ist, desto schneller ist man. Je größer man ist, desto, äh... Ja, hat man... desto langsamer ist man. Und die Masse bei Großen ist um die Tausend, würde ich sagen. Je nachdem, was gerade auf Platz 1 ist. Ähm... je größer man ist, desto mehr Masse verliert man nach und nach und nach. Das hab ich festgestellt. Das ist doch ganz lustig zu sehen. Und natürlich die Namen. Zwischendurch sieht man... genau. Weißt du, das ist Dodge, sieht man. Ja, komm. Nee, du frisst mich jetzt. Böser Dodge. Und Doc. Ich nehm Dodge. Keine Ahnung warum. Geh weg. Ja, jetzt habt ihr ein Problem, wenn ihr euch teilt, ja. Oh, da kommt noch Xirr. Wartet, der ist auf. Xirtroll auf Platz 3. Okay. Und das ist der Nazi. Irgendwas, was ich sagen wollte, bevor ich so, äh, fast gefressen wurde. Ähm. Man kann sich einen Namen geben. Und der hat da einen Skin. Äh, nicht alle Namen haben einen Skin, wie man sieht. Aber beispielsweise South Korea. South Korea. Oder Dodge. Oder Doc Im. Was ich mal ausprobieren wollte, ist Cheshire Cats. Aber das geht bestimmt nicht, auch wenn das voll cool wäre. Auch wenn Imperial Japan etwas wie Mediamarkt aussieht. Und die Bitch will mich. Nein, Bitch. Jetzt hab ich ein kleines Problem, weil ich sonst gefressen werde. Als Tipp. Am Anfang sollte man ganz viel Kopfhörter essen. Die teilt sich, ja, da hat sich gerade jemand geteilt. Vielleicht teilt sich Bitch auch. Aber, äh, wenn Bitch intelligent ist, macht sie das nicht. Diese Namen, ey. Man wird jetzt ganz viele Namen entdecken, die dann nicht so toll sind. Aber ich glaube, ich kann jetzt schon nicht mehr da rein. Ja, aber Bitch will mich immer noch essen. Man kann so ziemlich alles essen, was kleiner als einen ist. Das heißt, die Größen können mich locker essen. Aber je kleiner meist, desto weniger interessant ist man für einen Kleinen. Aber, ja. Hier gilt einfach gefressen, fressen oder gefressen werden. Auch wenn ich ein lustiges Team hatte, ähm, einfach mit jemandem, der, mit dem ich geholfen habe, hat mich dann gepusht. Und dann sind wir dauerhaft auf Platz 1 und 2 gewesen, wenn wir uns gegenseitig geholfen haben. Das ist das Addon auch noch praktisch. Äh, da kann ich auch gerne mal mit jemandem zocken. Wo man dann auf verschiedenen Server spielt. Aber, ich glaube, manche halte es ein bisschen Serverprobleme. Wenn es da, also, mein Insight ist ja nicht das Beste, also dann liegt es an dem. Aber, Serverprobleme kann es auch geben. Dann sieht alles aus, als wäre es Zeitlupe. Hallo, USR. Äh, Huge Dick, ja. Äh, jetzt ist die USR groß geworden. Du kannst wenigstens was abgeben, ey. Äh, dann halt nicht, esse ich weiter Konfetti. Naja, eigentlich kommt man relativ schnell aufs Leaderboard. Man muss halt etwas defensiv spielen. Und erst aufteilen, wenn man dann wirklich größer ist. Das ist so meine Erfahrung. Das ist schon wieder die US... Oh, das imperiale Japan hat sich aufgeteilt. Geh weg, USR. Und natürlich ist das die Gefahr, wenn man natürlich aufgeteilt ist, wie da, dass man auf ein zweites Stück achten muss. Und diese Teile sind sehr böse da. Hi, Luxe, Troll. Das ist der Größte. Aber der scheint sich ja eh nicht für mich zu interessieren. Hi. Wunderschöne, klassische Musik zum Essen. Und das die Erde. Die Erde. Und das Poland. Und let's go. Ich hatte mal, äh, als Namen, are you mad, bro? Oder you mad, bro? Also, äh, na? Bist du, äh, bist du böse? Und, äh, das ist dann als, äh, Platz 1 dann etwas fies, wenn man dann dauerhaft andere fressen. Oh, ein OP ist in mich reingeflogen. Kommt alle in mich rein. Jetzt hat's gerade wieder ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob es an Mea liegt oder an Server oder beides oder es nicht. Nicht. Oh, danke. Die Bitch, nein, das ist die Bitch. Die Bitch will mich essen. Nein, Bitch, geh weg. Heute nicht. Moment kurz, ich muss gerade fast niesen. Oh, da ist ganz viel essen. Oh, das nimmt es. Aber, die, äh, die neuen Spieler können das essen. Und dann, äh, äh, können nicht essen. Die spawnen irgendwie daraus. Keine Ahnung. Ich kann, ich hatte, das ist meine Beobachtung da. Wobei kurz, ich muss niesen. Da bin ich wieder. Hallo, Poland. Jetzt sind wir schon recht groß. Die Hälfte von irgendwas. Ich weiß, äh, Xiltroll ist natürlich relativ groß, aber es kann noch größer gehen. Ich teile mich jetzt noch nicht. Genau deswegen, weil, sonst kommt der Typ da. Oh Gott, hat hier viele Grüne. Die kann man füttern. Und dann, äh, werden sie größer. Und schießen sozusagen in die Richtung, in die man sie gefüttert hat. Oder es ist Bulgarien. Gehen noch ein bisschen runter. Ich habe Angst. Oder es ist die USA und Skunkie. Oh nein, das ist wieder die Bitch. Die Bitch möchte mich wieder essen. Nein, Bitch. Oh, das Press-V. Nein, okay, ich presse weh, wenn du zu mir kommst. Dann mache ich es. Das auch. Oh, da haben wir gerade ein paar einen Fight. Das ist Mindless, der dritte Platz. Und ein Unnamed Cell, wahrscheinlich Platz 10. Geh weg! Äh, geh! Das ist die Bitch. Nein, nein. Und das Golem, der wahrscheinlich von einem grünen Ding getroffen wurde und sich in ganz viele kleine zersplittet hat, ist natürlich sehr gefährlich. Es braucht ungefähr eine Minute, um sich wieder zusammenzusetzen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, je kleiner, desto schneller geht es. Aber, und je größer, desto langsamer. Aber es gibt ein paar Tricks, um das zu verhindern. Beispielsweise kann man sich, wenn man sich gesplittet hat, in eine Ecke gehen und dann mit Weh sozusagen seine anderen Teile pushen. Komm nieder. Nieder. Das ist Pac-Man. In Rosa. Na, du möchtest du ins Grüne rein... Oh. Fressen, die hat mehr Konfetti. Konfetti. Poland. Seas-coole-liver. Jetzt habe ich mich... Das ist das... Nein, das ist imperiale Japan. Da hat man eine andere Hälfte gegessen. Böses imperiales Japan, ja. Ich bin Dracula. Ich bin der Einzige Macht hier, ja. Kommt alle in mich. Ich bin die absolute Macht. Rambo. Da ist irgendein blauer Vetter. Fliegst du ins Grüne rein? Ach, das ist Xeer-Troll. Ich versuche es. Einfach, weil ich es kann. Ich habe Xeer-Troll klein gemacht. Oh. Da wurde ich gefressen. Ich habe den größten klein gemacht. Jetzt hat der... Du blöde Unnamed Cell. Genau, wenn man keinen Namen hat, heißt man einfach Unnamed Cell. Blöde Unnamed Cell, ey. Als Kleiner kann man sich gut verstecken in diesen Teilen. Nur sollte man aufpassen, dass plötzlich nicht was Großes kommt und einen einfach auf ist. Das United Kingdom. Das ist jetzt gar nicht so mächtig, ne? Hallo, Xeer-Troll. Super Chicken. Das Xeer-Troll, den wir klein gemacht haben. Aber es scheint ihm doch gut zu gehen. Das heißt eben, er ist relativ riesig. Das ist... Oh, hallo, Niederlande. Ah, shit, ma... Mann. Okay. Oh, da ist ein Smile auf dem Platz 10. Geil. Hallo, Mint-Ogas. Nein, da ist Xander. Nein, Xander. Xander, geh weg. Leave Britney alone. Na, Rambo, möchtest du's wagen? Oh. Hallo, Rambo. Rambo. Nein, dein Arsch möchte ich nicht sacken. Hallo, Rambo. Rambo meets me. Das ist... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich geh jetzt da rein. Na? Okay, ist weg. Hallo, Pan... Hallo, Bananas. Banania. Banania. Gehen sie weg, Banania. Da ist Apple. Leider gibt's nicht für alles, aber Steam gibt's. Äh, Origin gibt's. Dann wahrscheinlich die meisten Länder, also Switzerland, Germany, ähm... Aber wie es denn mit den Vereinigten Staaten und so weiter aussieht, weiß ich jetzt nicht. Aber Russia, Bulgarien sind immer da. Oh, du blöder Arsch. Nein, da ist Pac-Man. Pac-Man. Nein, das tut mir nicht an. Und da ist wieder eine orangenen... Ich bin, Gott sei Dank, meine Lieblingsfarbe. Ich mag die Farbe, die ist so zwischen... Die ist so ein... Rot, rot, aber irgendwie auch lila-rosa. Das ist die beste Erklärung, die ich habe in meinem Leben. Und ich... Hier hat's irgendwie viel zu viele Große, um groß zu werden. Das ist doch... Doch, doch, doch. Essen hier ein bisschen Konfetti. Mein Ziel ist es natürlich schon, äh, groß zu werden. Wir schaffen das auch, also... Das Imperialis Japan, das mich fressen will. Come, Imperialis Japan. Ich hätte mich... Ich hätte das Große nicht zu Fall bringen. So, das Team, oh mein Gott. Sexy Bitch. Sexy Bitch. Big Guy. Oh, das Dog. Big Guy. Und... Und... Und es geht doch da hoch. Was soll das? Es leckt. Es leckt, nein. Es leckt, ich kann nichts machen. Das finde ich aber nicht so toll. Ich... Das liegt wahrscheinlich an meinem Internet, weil ich dann meistens gefressen werde. Hallo, Beniania. Beniania. Das... Oh, da ist der Mond. Leider gehen nicht alle Planeten, so wie Venus oder so geht leider nicht. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber Mars geht. Der Mond, die Erde. Aber die Sonne geht nicht. Aber der Rest geht wahrscheinlich auch nicht. Habe ich leider noch nie gesehen. Aber so Dog oder, ähm... Ja, so Reddit und Tumblr sind halt sehr beliebt. Aber da ist wieder Turk. Zuerst denken immer, alles wären Skins. Aber ist ja eigentlich auch logisch, dass sie auch dann so heißen, dass sie dann diese Skins kriegen. Ja, ja. Tomocot… Tomocotokotora minimum. Tomoclands. Jetzt ging's. Ich esse dich. Ja. Ich hab' gegessen. Und er war lecker. Und jetzt wüssten wir weg das Xydroll, den die Kleine gemacht haben. Natürlich, ja, jetzt hat er sich nämlich gerade verbunden und das ist dann nicht so vorteilhaft, wenn man dann in seiner Nähe ist Und da ist der Mond, der Mond möchte mich essen Hallo Poland Oh, danke Poland Geh weg, Mond Na, Mond Nun, jetzt bist du dran, komm her, Schätzelein Der dachte sich jetzt, yeah, ich kann, okay, wenn du das machst, dann mache ich das auch Lecker, Schmecker, war wirklich toll Oder Steam, Steam möchte mich essen, was es aber nicht schafft, weil mein größerer noch größerer ist, als er schon ist Aber wenn er jetzt weggeht, okay Na, Imperialis Japan möchte, darf ich dich essen? Toll, warum bist du nicht in mich gegangen? Anita P Oh, R Hallo R R Danke Steam Danke Steam Ich wurde gerade gepusht Das ist die CIA, oh mein Gott Oh, das ist die Erde Erde, komm her, Erde Erde Na, Erde Komm in Draco rein Wir sind das imperiale Draco Das ergab Sinn Komm Japan Du willst es doch auch Komm Erde, du willst es doch Oh, das Ich kann nicht essen Das ist dir schon klar, danke Ja, ich bin auf Platz 10 Oh, schnell weg Das müssen wir beibehalten Diese Video Wäre 20 Minuten gehen Nach der 19. Minute Muss ich jemanden finden, den ich pushen kann Dann werde ich irgendjemanden netten auswählen Und dann werde ich ihn ganz viel pushen Sofern ich nicht gefressen werde Da ist wieder die Erde Und das wieder Xitroll Der wahrscheinlich von seinen Thron gegangen ist Xitroll Ähm, Erde Nein, was soll das Es hat geleckt Jetzt bin ich überhaupt Platz 10 Komm schon Äh, meine anderen Teile sind Oh, ich dachte gerade Oh mein Gott Es geht doch Was soll das Aufzulecken Äh, fickt dich Letzter Versuch Ich werde es, wenn es euch passt Also, ich finde es lustig Ich finde, ich mag das Ich mache es nur ohne Schneiden Weil Keine Ahnung Es hat mehr Effekt Wenn man alles sieht Die, die drunterginge Und die großen Und, oh Gott Das Benignas Benignas Das Benignas Ah, das ist die Erde Oh mein Gott Benignas Will wieder die Erde essen Das ist die größte Gefahr der Erde Benignas Und Pac-Man Was sind die größten Gefahren Und irgendwie will gerade Entweder wir mal Internet nicht Oder es ist das Oh Okay, ich glaube es war das Server Weil der ist gerade freiwillig in mich reingegangen Und, äh, geh weg da Nein Toatame Nein Dollarzeichen Nein 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 Hier lenden sich ja weh Äh, gleich Team Oder, ähm Please feed me Klappt leider nur nicht immer Ja Und natürlich kann man dann mit dem Server spezifischen auf dem Gleichen Server Zocken Na du Möchtest du To team Na okay Banani Banani I like you Oh er mag mich Das ja Oh das Zerg Rush Nein Zerg Rush Heute wollen wir keinen Zerg machen Heute gehen wir nicht ins WVW Gehen sie weg Ich bin Dracasee Und du bist sicher Millersund Geh weg Nein Was ist denn hier los Was soll das Danke dass du lagst Das finde ich doof gelöst Dass man einfach stehen bleibt Danke Put your dick in me Nein Nein Hallo Oh Das war wundertoll Jetzt bin ich lila Ja Later Peter You dick Okay Na Peter Peter Ich bin hier Peter Peter Der konnte dadurch Verdammt Und das sind zwei Lied Das will ich essen Ja Leck 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 Big guy Big guy Jetzt bin ich Hey Ich bin der besteste Beste Frau Push mich Big guy Push mich Push mich Hallo Ich bin Dein Ich bin Dein Gleiche Hautfarbe Würde ich schon Sagen Kerbischer big guy Sei so lieb Hier hast du Warte Manche kann man Leute dazu bringen Indem du ihnen Einmal gibst Dass ich zeige euch Jetzt Guck mal Schwupp Wenn ich dem jetzt Eingebe Vielleicht pusht er mich Jetzt Aber ich glaube Es hat nicht Geklappt Ich will mich Nicht Pushen Hier Ich helfe Dir noch Vielleicht tut er das Gerade nur Nein Nicht essen Nein Ich habe mir geholfen Wir können Freunde sein Ich wollte Dir noch Helfen Das Pacman Schade 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 Schokolade Oder Banane Es gibt Unterschied zwischen Bananas Und Banane Oder Ist wieder Zerkwasch Nein Ich will Heute Nicht Ins WVW Heute Habe Ich Keine Lust Auf WVW Ich habe Ganz Viel Konfetti Gegessen Konfetti Ist toll Das Pacman Pacman Das EA Nein EA Pacman Gehört mir Die Rechte Muss Mich Verkaufen Ja Diesen Spruch Sag Ich Gern Akuna Matata Ist Die Erde Da Unten Hilfe Reiner Portura Nein Wir sind Gleich Groß Ja Wenn man So Ziemlich Gleich Groß Ist Kann Natürlich Niemand Einen Fressen Tja Ich Wisse Wir verhindern Natürlich Naja Jetzt Ein wenigstens Wieder Ein Bisschen Ähm Komm Peace Frieden Yo Peace Tomo Tomo Ah Du weißt Ich kann Den nicht Aussprechen Tomo Clines Flying Illusion Und das Wird Das Imperiale Japan Oh Das Imperiale Japan Wurde Gerade Auf Platz 3 Transferiert Herzlichen Glück Wunsch Nein Imperiales Japan Konfetti 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 Tata Das Die USR Imperiales Japan Und USA Habe Sich Gegen mich Verschworen Na Na Du Wie geil Ist das Denn Ha Ihr seid Zu Fett Für Mich Nö Ich Warte Jetzt Nö 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 Ich Komm Ich Komm Hier Nicht Aus Nein Das Ist Gemein Das Ist Gemein Das Hast Du Da Von Japan Jetzt Habe Ich Habe Geh Gib mir Jetzt Was Hallo Ich Habe Geholfen Gib mir Was Ich Habe Geholfen Frist Das Japan Ich Glaub Die Zocken Zusammen Das Finde Ich Jetzt Gemein Und Damit Würde Ich Sagen Wir Sehen Us Dann Beim Nächsten Mal Wieder Bei Aga .io Das Macht Nämlich Echt Spaß Dass Ich Das Mehr Fals Mehr Fals Bringen Werde Ciao Ikowski